Das sind wir und fast ist schon wieder Halbzeit. Das heißt, wir sind in Episode 5 in Staffel 7 angekommen und euch immer noch sehr dankbar. Das sind wir seit mittlerweile 69 Folgen. Die könnt ihr alle nachhören, wenn ihr sie nicht gehört habt. Nämlich in der ARD Audiothek oder bei Spotify oder überall, wo ihr sonst halt so Podcasts hört. Und wenn ihr uns sehen wollt, abonniert einfach den Hessenschau-Kanal auf YouTube oder schaut mal in die ARD Mediathek. Und jetzt heißt es wieder, wie alle zwei Wochen, schon seit fast 6,5 Staffeln. Ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben, echte Fragen und vieles zum und über das deutsche Rechtssystem. Hervorragend. Und ich gebe jetzt hier den Hinweis, das ist mein Favorite-Hinweis ever hier im Housekeeping, die Show vom 9.7. ist auf den 2. Ne, was war denn? Wie, wann war das? 7.9. 6.9. Irgendeine Show ist auf jeden Fall auf den 2.9. verlegt worden, weil die Eintracht Champions League spielt. Verwirrt mich immer noch. Jetzt kommt noch Mario Götze dazu. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte ja mal irgendwann in einer Folge gesagt, ich bin nur wegen dem Europokal einmal aufgeregt und danach wird es besser. Sorry, liebe Freunde. Ich glaube, die komplette restliche Staffel wird sehr, sehr aufregend auch für mich. Aufregend ist so ein gutes Stichwort, wo nehme ich die Ideen her? Dieser Fall ist gar nicht so blutrünstig, wie wir es sonst immer haben. Das finde ich ein bisschen angenehm, aber es ist sehr, sehr kurios. Es hat ein bisschen Prominentenfeeling, es ist ein bisschen Frankfurt, es ist ein bisschen Shady-Mady, es ist ein bisschen Zocken, es ist ein bisschen Dies, es ist ein bisschen Das. Vorher ich jetzt aber mir eine Zunge, einen Knoten in die Zunge, was ist los mit mir heute? Hören wir uns doch einfach mal an, was da passiert ist. Der Satz geht immer. Maximilian Abel war ein Ausnahmetalent. Er hatte es weit gebracht im internationalen Tennis-Zirkus. Der gebürtige Frankfurter erreichte 1999 das prestigeträchtige Orange Bowl-Finale, nachdem er Größen wie Mardi Fisch bezwungen hatte. Sein Gegner, die Nummer 1 der Weltrangliste Andy Roddick. Doch Maximilian Abel hat seine vielversprechende Karriere ruiniert, indem er seine Freunde, Trainingskollegen und Nachbarn bestahl. Er fischte aus ihren Briefkästen, Bankunterlagen, EC und Kreditkarten. Er durchwühlte fremde Trainingstaschen und Spinde. Er prellte Rechnungen in Hotels und betrog Prostituierte. Und immer wieder gelobte er vor Gericht Besserung. Doch er tat es wieder und wieder. Und aus Bewährungsstrafen wurden Gefängnisstrafen. Zuletzt verurteilte ihn das Frankfurter Landgericht in einem Urteil gleich zu 2 Strafen. Zu 4 Jahren und 10 Monaten sowie einem Jahr und 11 Monaten. Jedes Mal wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit gestohlenen EC und Kreditkarten. Das ist schon im Antext eine sehr lange Liste an Dingen, dass ich hier das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist Chronologie unmöglich. Nein. Ansonsten würden wir hier praktisch ewig sitzen. Ich will aber meine erste Frage dir trotzdem sagen. Wann hat er zum letzten Mal was gemacht? Also das ist ja ein langer Zeitraum. Und ich glaube, Maxi Abel, der eine oder andere, wird ihn noch kennen. Aber ich weiß nicht, ob das bis in diese heutige Zeit reicht. Deswegen, wann ist das letzte Mal irgendwie aktenkundig was passiert? 2018. Das ist gar nicht so lange her. Das heißt, das zieht sich schon eine Weile. Ja. Und wir hören, 1999 hat er gegen, und das muss ich mit allem Respekt zu ihm sagen, Digga, du hast gegen fucking Andy Roddy gespielt. Das heißt, das hier ist kein hoffnungsvolles Talent malent, sondern das ist schon, es ist ernst geworden bei ihm. Es ist ernst geworden. Das heißt, es ist wirklich jemand, der hat jetzt nicht eine potenzielle Karriere versaut, sondern eigentlich auch eine aktuelle. Ja. Also es gibt ja oft so dieses, okay, du bist jetzt irgendwie vielleicht ein Versprechen für die Zukunft. Ja, der hat sich alles versaut. Wie würdest du denn am liebsten anfangen? Also ich habe zwei Möglichkeiten, die ich im Kopf habe. Ist einmal A, beschreiben wir den Typ, oder B, wir gehen einfach mal so sein Leben durch, wann das vielleicht angefangen hat und bis zu dem Punkt, so wie die George Best Biografie auch heißt, where did it all go wrong? Ich würde sagen, wir beschreiben nicht den Typen, also den Typen mit, aber seine Geschichte. Also sprich, ich finde, wir erzählen einfach seine Geschichte, weil es ist ja auch irgendwie die Tennisgeschichte der 90er Jahre, die Erfolgsgeschichte des Tennis, ist ja bei uns hier in Deutschland. Als der nämlich angefangen hat, Tennis zu spielen, da spielte Boris Becker noch. Mittlerweile sind die beide verurteilt. Können wir vielleicht auch mal die Sendung nehmen. Und sitzen beide im Knast. Komisch. Ja, damals hat das TV Tennis noch übertragen, und zwar viel mehr, als es heute das tut. Und damals gab es noch Millionenbeträge von Konzernen, die die in Tennisturniere gesteckt haben. Also selbst ich erinnere mich dran, als eine, die nicht so auf Tennis stand, auch ich habe damals Tennis geschaut. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie getan. Je nach Alter. Ich habe ziemlich lange Tennis geschaut, aber ich bin so ein Tennis-Eventi, glaube ich. Ich habe immer mal so reingeschaltet, wenn Wimbledon ist. Ich bin ein sehr, sehr großer Djokovic-Fan. Auch wenn er neben dem Platz merkwürdige Ansichten hat, aber als Sportler. Ich habe tatsächlich diese Zeit so ein bisschen mitverfolgt. Mir sagt er auch was, aber auch dadurch, dass ein Kumpel von mir sehr, sehr eng mit ihm befreundet war und im selben auch einen Verein gezockt hat. Also der hat oft gegen den Tennis gezockt, und da habe ich dann schon so am Rande so ein bisschen mitbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich damals ein bisschen anders angefühlt, als das jetzt hier ist. Weil am Ende, wenn ein Kumpel das erzählt, hast du, glaube ich, mehr Verständnis als hier, weil der hat ja dann schon viel Bullshit gemacht. Ja, ja, aber ganz ehrlich, das ist einer dieser, denen kann ich schon auch ein bisschen was abgewinnen. Auch wenn das nicht in Ordnung ist, was der da so getrieben hat und ja offensichtlich nichts dazulernt. Mittlerweile muss man sagen, die letzten Prozesse fanden quasi ohne Öffentlichkeit statt, hat keiner mehr so richtig mitbekommen, weil den keiner mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ah, okay, nicht, weil er es abgesperrt hat. Oder schon, nee, nee, nee. Oder einfach keiner mehr hinwollte. Das hat irgendwie keinen mehr so richtig interessiert. Das war halt auch nicht mehr so schlagzeilenträchtig, weil es eine ewige Wiederholung dessen war, was er immer schon gemacht hat. Aber wenn wir auf den schauen, dann ist es schon so, mit fünf fängt er an Tennis zu spielen, mit 14 gilt er als Ausnahmetalent, mit 17 ist er der deutsche Hoffnungsträger. Das ist schon ganz, ganz spannend. Mein ganzer Körper bebt, weil das auch für Mario Götze gilt bis dahin. Mann, es ist immer irgendwas, es tut mir leid, die andere lege ich mich sehr ab. Ich hole ihn zurück. Also, der ist vielleicht wie Mario Götze gejagt worden von Managementagenturen, die mit ihm Geschäfte machen wollten. In der Schule war er nicht so besonders gut, anders als sein Bruder, ein BWL-Student und ein dann am Ende erfolgreicher Wirtschaftsmensch. Ist der hier nicht so den geraden Weg gegangen? Und ich glaube, im Leben dieses Menschen, jedenfalls hat er es auch vor Gericht immer so gesagt und scheint mir auch so an der Biografie ablesbar, hat der Vater eine große Rolle gespielt. Der Vater hat die Trainer ausgesucht, der Vater hat den ordentlich angetrieben und der Vater hat möglicherweise dann auch dazu beigetragen, neben diesem Talent, dass er offensichtlich gesehen hat, dass der es bis auf den Platz 173 der Weltrangliste geschafft hat. Das ist schon verdankt weit oben. Ich glaube, es hört sich 173 als nicht so spektakulär an, aber das ist halt weltweit. Und dann kam das Jahr 99 und das Spiel seines Lebens. Ganz kurz, bevor du weitergehst, hat er so einen richtigen Tennisvater gehabt, wie man sich das im Klischee vorstellt? Also, alles, was ich, ich habe diesen Mann nie gesehen, aber alles, was ich bisher gehört habe, in diesen Prozessen, drei habe ich besucht, ja, war das so. Das heißt, wenig Liebe, viel Leistung. Ob wenig Liebe, das vermag ich nicht zu sagen, aber viel Leistung garantiert, ja. Es ist ja dann auch, es ist ja auch eine Schwierigkeit, weil das hört man ziemlich oft. Ich habe letztens das Buch von Neven Sobotic gelesen, ein Fußballer, der bei Dortmund unter Klopp gespielt hat, auch Meister geworden ist. Der hat auch gesagt, er ist seinem Vater unendlich dankbar, weil er ihn unglaublich gepusht hat. Gleichzeitig, ein Teil von ihm hätte aber sich auch einen Vater gewünscht und keinen Trainer. Also, das scheint... Ich weiß gar nicht, ob das für die, ich will die Väter gar nicht angreifen. Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist. Ja, das scheint mir ja auch so zu sein, weil der wird beschrieben, auch in der Grundschule eher, also hier, Maxi Abel, wird beschrieben in der Grundschule so als weiches, verträumtes Kind und so weiß ich jetzt nicht, ob da der harte Vater so besonders zielführend ist. Was den Tennis anbetrifft, war es ja zunächst so. Das ist nämlich das Ding, also zumindest die Intention hat geklappt. Ja. Aber er hat ihn ja scheinbar nicht stable genug im Kopf bekommen, um diesen ganzen Zirkus mitzumachen. Glaubst du? Das ist ja auch schwierig. Das meine ich, weil es gibt ja wahrscheinlich auch Typen, die da von Natur aus nicht viel gemacht sind. Ich glaube, dass das so ist. Und wenn du ein Talent hast, heißt es ja noch lange nicht, dass du auch für den ganzen anderen Bullshit neben dem Platz irgendwie gemacht bist. Nee, das scheint mir hier so zu sein, dass der das nicht im Griff hatte. Der hat das nicht im Griff gehabt. Also das sieht man eben an diesem Jahr 99, wo er dieses Spiel seines Lebens eigentlich hatte, nämlich das in Miami beim Orange Bowl. Ich meine, dort waren Spieler wie damals, wir sind ja 99, Roger Federer, Björn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, die haben da alle mal gespielt und gewonnen. Das sind schon Namen. Die waren da alle mal im Finale. Und der ist jetzt 17 und verpasst fast dieses Finale. Warum verpasst er das fast? Weil er halt, würde ich schon sagen, für diese Welt nicht gemacht ist. Der war am Tag... Weil es da viele Verführungen gibt. Nee, weil er einfach ein bisschen verschusselnd ist, glaube ich. Und weil er wie so viele von diesen Jungs, ich glaube, das ist eine Analogie auch zum Fußball, das gar nicht gewöhnt ist, sein Leben selber zu organisieren. Und das dazu eigentlich, das überfordert den, würde ich einfach mal behaupten. Weil, das war so, er hatte vorher bei einem Turnier in Arizona gespielt. Dann ist sein Zimmernachbar abgereist. Und dann sind die, die Offiziellen vom Deutschen Tennisbund waren auch fort. Also es war niemand mehr, der nach ihm geguckt hat. Und es führte dazu, dass er seinen Wecker auf 7.30 Uhr gestellt hat. Unglückseligerweise, aber nach Arizona-Zeit. Nicht nach Miami-Zeit. Und das führte wiederum dazu, dass dieser Wecker um 9.30 Uhr geklingelt hat. Und um 10 Uhr war es Turnier. Also rast er los, vergisst auf der Rückbank, holt sich ein Taxi, vergisst auf der Rückbank noch sein Handy, flitzt zurück, kommt auf diesen Platz an, wo der Physio schon die Muskeln von Andy Roddick bearbeitet, damit es dem gut geht. Der kommt also knapp vor Spielbeginn an, so hat er es beschrieben, hat ein Croissant in der einen Hand und einen Kakaobecher in der anderen Hand. Und dann hängt ihm natürlich die letzte Nacht und alles andere hängt ihm nach. In den ersten Satz verliert er, den zweiten gewinnt er im Tiebreak und den dritten verliert er eben. Und das wiederum führt dazu, dass er den Sponsorenvertrag nicht kriegt, sondern Andy Roddick, dass er nur 200.000 Dollar kriegt und eine halbe Million, dass er seine Sponsorenverträge zum Teil verliert, vor allen Dingen aber die zugesagten Bonusgelder. Was sind das für Sponsoren? Wenn du das Finale verlierst, sind wir weg. Ich kenne mich zu schlecht aus in der Tenniswelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als du das jetzt gerade ausgeführt hast, habe ich mir gedacht, das ist auch schon unprofessionell vom Deutschen Tennisbund. Das hat der Vater auch gesagt. Also so ein Prospekt, so ein wirkliches Versprechen. Wie kann man bei so einem Finale den vorher alleine lassen? Hier, die Jahre sind ausgeschrieben, wir reisen jetzt nach Hause. Das wirst du schon machen. Ich meine, da brauchst du ja schon, also ich hätte mir jetzt schon zumindest vorgestellt, dass der da ein bisschen mehr, aber gut, es ist. Das hat der Vater von ihm tatsächlich auch gesagt. Das wäre ja auch zur Legende geworden. Stell dir mal vor, der gewinnt das. Kakao, Croissant, Andy Roddick, Moddick und dann klatscht er den trotzdem weg. Das wäre natürlich dann noch mehr gewesen. Dann wären wahrscheinlich noch mehr Sponsoren gekommen. Das wäre sehr cool gewesen. So cool war es aber nicht, sondern, der ist halt immer weiter in der Weltrangliste abgerutscht, ist trotzdem aber noch deutscher Meister im Einzel- und Doppel geworden. 2003 sind wir jetzt, schafft die Qualifikation bei den US Open, aber statt sich aufs Hauptrunden-Match vorzubereiten, zieht er in Manhattan durch die Clubs, weil das war halt jetzt sein Leben. Der hat in teuren Hotels gelebt, der hat sich Frauen bestellt, der hat gegokst, der hat getrunken und es hat ihm halt geschadet. Du grinst? Ja, habe ich vorhin gemeint mit Verführung. Ja, ja, so ist es auch. So ist es auch und es kommt natürlich noch was hinzu. Also, der hat die Sponsorengelder verloren, damit gab es keine bezahlten Flüge mehr zu den Turnieren, damit hat er die Hotelzimmer selber bezahlen müssen. Ich weiß, nein, 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 und wenn du da hinkommen musst und irgendwo muss die Kohle herkommen. Nein, das ist aber genau, ich war nicht skeptisch jetzt wegen ihm, sondern ich finde das von den Sponsoren, ehrlich gesagt, das finde ich schon krass. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da hoffentlich in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Du kannst ja nicht einen so hochballern und dann verliert er ein Spiel und dann lässt er ihn komplett fallen, weil dann ist ja genau das, was da passiert. Du gewinnst ja das ganze Geld, du musst deine Sachen plötzlich selber zahlen, bist irgendwie ein bisschen drucken. Muss die Sachen plötzlich selber zahlen. Die Sponsoren ja auch sagen, ganz im Ernst, Digga, vielleicht wird es jetzt nicht mit der großen Karriere, aber arbeite bei uns 25 Stunden Teilzeit. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dass man die zumindest aufhängt. Ja. So, weil die, ich meine, die gehen auch ein Risiko ein. Ja. Der Sponsor, für den ist es eine Wette, dann sagt er, hey, hier hast du Cash, wenn du es schaffst, schaffst du nicht, wenn nicht, lass ich dich hier auf der Straße vergammeln. Ja. Dann müsste man schon sagen, vielleicht auch vom Management her, okay, wir probieren es. Wenn ich es gewinne, kriege ich 500.000, wenn nicht, kann ich vielleicht bei euch irgendwann arbeiten oder eine Tennisschule aufmachen. Ich meine, das kann auch nicht jeder schaffen, aber man muss ja dann trotzdem vielleicht ein bisschen. Na, der hatte ja, sagen ja alle, der hatte ja wohl das Zeug dazu, es schaffen zu können. Wahrscheinlich auch da immer noch. Ja, aber jetzt hat er es nicht geschafft, dann könnte die Sponsoren trotzdem sagen, boah, den lassen wir nicht fallen. Ja, haben sie aber offensichtlich nicht. Was zu finanziellen Problemen geführt hat, das hängt natürlich auch damit zusammen, mit dessen Lebenswandel. Also, neben Drogen und Escort-Ladies, die einen Haufen Geld kosten, kam halt auch noch hinzu, dass er spielsüchtig geworden ist. Das ist nämlich genau das, wo ich jetzt rein wollte. War das jetzt nur ein bisschen Feierei mit käuflichen Damen oder war da auch jetzt was Ernsthaftes dabei? Das hast du jetzt schon beantwortet, weil eine Spielsucht ist ja noch mal was anderes. Ja. Also ein unstetes Leben und eine Spielsucht sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, wie so häufig im Leben potenziert sich das dann. Dann kam das Jahr 2007, da wird der disqualifiziert, weil er, bei der Dopingprobe, weil sie bei der Dopingprobe für so ein ATP-Turnier in Metz Koks-Spuren bei ihm finden. Und das war es dann. Dann wird er erst mal zwei Jahre gesperrt und von da an ging es nur noch bergab. Also ist quasi das der Punkt, wo ich vorhin gefragt habe, Turning Point, where did it all go wrong, ist hier. Würde ich behaupten. Das heißt, der Lebenswandel greift quasi in das professionelle Leben ein, weil er da erwischt wird, da hat er dadurch Konsequenzen zu tragen. Das ist ja die eine Sache, ob du es machst und dann auf dem Platz kriegt es keiner mit. Lieber Gruß an den einen oder anderen Fußballer. Oder ob das dann irgendwo aktenkundig wird. Und das ist ja in dem Fall passiert. Und ist dann quasi, sind diese zwei Jahre Sperre, dann quasi der Punkt, wo sich die Spielsucht auch noch mal verstärkt und wo er dann, und im Endeffekt reden wir dann hierüber, wo ich gleich mal wissen will, was alles genau, aber ist das ja dann, ist das nicht dann auch Beschaffungskriminalität, ähnlich wie beim Drogensüchtigen? Ich glaube, ja. Also ich würde das so nennen. Es ist ja was, du besorgst dir was, um deine Sucht zu befriedigen. Ja. Es ist ja egal, ob es Drogen sind, Spielautomaten oder andere. Also in dem ersten Prozess, da ging es weniger um die Spielsucht. Das kam später dann. Und in dem ersten Prozess ging es um die Kohle für Kokain. Ja. Was heißt das? Ja, weil er Geld für Kokain brauchte, wollte. Auch noch. Aber ich denke auch noch Kokain süchtig. Ist er, ob er süchtig ist, das vermag ich nicht zu sagen. Er hat jedenfalls gekokst. Aber dafür, ja, aber wenn du dafür Geld klaust, ist ja nochmal eine andere Geschichte, als wenn es da liegt. Ich meine, guck mal, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Du bist in so einer Welt, viel Highlife, bla, 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 ein bisschen Kokain. Aber die andere Sache ist ja die, wenn du dann klaust, um dir Kokain zu besorgen, das ist ja was anderes. Also es scheint der jetzt nicht nur spielsüchtig, sondern auch noch ein bisschen, zumindest eine gewisse Latenz zum Kokain gehabt zu haben. Ja, so würde ich es nennen. Okay. So würde ich es nennen. Und das hat eben dazu geführt, dass er während des Trainings, zu dem er weiterhin gegangen ist, zum stümperhaften Dieb- und Kleinkriminellen geworden ist, weil er nämlich aus den Turnbeuteln seiner Kumpels und aus den Sporttaschen die EC und Kreditkarten geklaut hat, hat, weil er die Briefkästen der Nachbarn durchsucht hat, wo er sich die Karten rausgeholt hat, wenn die die geschickt bekommen haben. Und dann hat er halt zwei Wochen gewartet, bis die PIN-Nummer kommt oder andersrum. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie rum die Reihenfolge geht. Was hat er gemacht? Also er hat... Dann lassen wir uns offiziell anfangen, weil ich habe hier stehen, Zusammenfassung Taten. Aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Der hat bei den Nachbarn EC-Karten rausgefischt und gewartet, bis die PIN-Nummer kommt. Was ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Was ist denn das für eine Wahrscheinlichkeit? Was der gemacht hat, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns ja noch in Zeiten, wo man viele Überweisungen gemacht hat. Überweisungen, indem man diese Überweisungsträger ausgefüllt hat. Ja, ich verstehe das schon, was der vielleicht gemacht hat, aber ich verstehe nicht den Move zu... Wenn du jetzt deine Nachbarin, wie oft kriegt die denn eine neue EC-Karte? Ja, das weiß ich auch nicht, aber es scheint gereicht zu haben. Die Wahrscheinlichkeit ist ja unglaublich klein. Ja, das stimmt. Ich weiß, das habe ich mich damals schon gefragt, aber es scheint gereicht zu haben. Oder hat er die selber vielleicht bestellt? Ist ja was anderes. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass davon die Rede war. Also ich habe meine letzte Bankkarte und bei mir sogar sehr häufig... Nee, die hat er nicht bestellt. Es war immer die Rede davon, dass er sie aus den Briefkästen fischt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Vielleicht ist da ein kleiner stiller Postübertragungsfehler bei den Informationen hier passiert. Kann sein. Was hat er noch so gemacht? Ja, dann hat er sich nach seinem Bettlaken über den Kopf gezogen, damit der nicht erkannt wird und ist zum Geldautomaten gegangen. Und da hat er halt diese Karten eingesetzt. Das hat ihn den Spitznamen Huibu bei der Polizei eingebracht, nämlich das Gespenster Bankautomaten, benannt nach dem Schlossgespenst, das zum einzig behördlichen zugelassenen Gespenst im Schloss Burgeck. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Also so, das ist die Figur in dem Kinderbuch. Ist ein Schlossgespenst und das ist das einzig behördlich zugelassene Gespenst in Schloss Burgeck. Behördlich zugelassen? Ja, so ist es halt bei Kinderbüchern. Die schreiben in dem Kinderbuch, hier Kinder, macht euch keine Sorgen, die anderen Geister sind alle illegal. Der hier ist behördlich zugelassen, falls die Kinder Angst haben. Vielleicht. Klar, die Kinder sitzen sonst daheim und sagen, hier Mutter, das Buch mit dem Geist. Das ist ganz interessant. Meine Frage ist aber, ist der behördlich zugelassen? Ja, vielleicht. Ah, dann müssen wir das Buch wechseln. Hier, Huibu, weil das ist der einzig behördlich zugelassen. Genau. Alles klar, vielen Dank für die Information. Wahrscheinlich die wichtigste in allen 69 Folgen für mich. Oder? Huibu. Also Maxi Abel jedenfalls ist das Gespenst am Bankautomaten. Und als solcher wird er auch gesucht. Und als solcher macht er sich ein ganz Fahndungsbilder dann. Er erkennt diesen Geist. Ja, es hat, also ich erinnere mich auch an Schlagzeilen, an entsprechende, wo man dieses Bild gesehen hat. Okay. Ich habe es mir in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal angeschaut. Es gibt ein solches Bild, wo man ihn sieht. Das heißt aber, hauptsächlich so EC-Karten, Checkkarten, Geldbetrugmäßige Sachen. Weil ich habe aber dann ja, dadurch, dass ich eben gesagt habe, dass ich nicht verstehe, wie er es gemacht hat, habe ich jetzt die Frage, ob er vielleicht Tipps für mich hat, wie man das geschickt macht. Nein, ich glaube. Wahrscheinlich nicht, gell? Ich würde behaupten, Er ist jetzt wahrscheinlich unter Checkkartenbetrügern keine Legende. Scheint mir nicht so zu sein. Mir auch nicht, ehrlich gesagt. Dafür dient er vielleicht nicht als Vorbild. Gab es noch irgendeine andere Tat, die vielleicht exotisch heraussticht oder war das alles in dem Bereich? Nein, das war alles in dem Bereich. Und ich kann dich auch schon, ich kann dir auch schon die Spannung nehmen. Es bleibt bis zum Ende in diesem Bereich. Die Taten werden sich nicht ändern. Kann ich mit weiterleben? Vielleicht die Tatorte, aber nicht die Taten. Wie oft war der insgesamt vor Gericht? Das... Ungefähr. Eine Handvoll? Fünfmal oder 30 Mal? Nein, fünfmal ungefähr. Fünfmal, weil jetzt kommt für mich, ehrlich gesagt... Ungefähr. Jetzt kommt für mich eine philosophische Frage, weil ich habe ja durch dich, durch Lossi, durch Drescher, durch Julia, durch Dominik, alle, die hier dran beteiligt sind an der Sendung, sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass wenn du immer einschlägige Taten begehst, irgendwann mal der Punkt kommt, wo die sagen, ey Bruder, du kriegst das nicht gebacken. Ja. Wie oft darf der das denn machen? Weil fünfmal, wegen dem selben Kram, was sage ich, guck mal, Situation, beim ersten Mal kommt der Richter, sagt, boah, was ist mit denen los? Oh, ich habe Spielschulden, tut mir leid, bla, bla. Beim zweiten Mal sagt er, boah, ich habe es nicht geschafft. Beim dritten Mal sagt der Richter, Digga, was ist los? Beim vierten Mal. So, jetzt müssen wir uns mal was überlegen. Und was sage ich denn, dann sitze ich beim fünften Mal da und sage, ich weiß, ich habe mir die ersten viermal auch geglaubt, ich probiere es weiter. Ich glaube, der hat, wie kann man denn da rauskommen? Der hat zweimal Bewährung gekriegt und der Rest war knast und ich kann es vorwegnehmen, er sitzt im Moment auch ein, deswegen. Still to this day, das heißt, die letzte Straf war über vier Jahre. Zweidritteltermin ist der 27. Dezember 2023. Also so lange sitzt der auf jeden Fall noch. Hat der vier Jahre knast bekommen, weil wir haben 2018 letzte Tat gehört. Der hat zwei Strafen gekriegt, der hat einmal vier Jahre bekommen und er hat vier Jahre, zehn Monate und nochmal ein Jahr und elf Monate, weil die offensichtlich nicht gesamtstrafenfähig waren, hat er halt zwei Strafen gekriegt. Das addiert sich dann. Dann gehe ich davon aus, dass der zu der Zeit auch immer noch spielsüchtig war. Das heißt, es hat sich in seinem Leben nichts Biografisches verändert. Es gab nicht noch einen anderen Turning Point, wo man sagt, da hat er mit dem Spielen aufgehört, aber sich Klamotten gekauft. Nee. Es ging immer rauf und runter und rauf und runter. Lass mich doch mal selber beschreiben, wie sich das alles anfühlt. Es waren mehrere Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag. Es ging bis zehn Stunden. Ich kann nur jedem raten, der eine Suchproblematik hat, sich da sofort Hilfe zu holen und man muss sehr stark sein. Und wenn du das dann nicht durchhältst, dann brichst du ein und dann ist es schwer, wieder aus dem Loch rauszukommen. Das ist manchmal nicht so einfach, wie die Leute sich das vorstellen. Von daher soll man, das ist auch keine Entschuldigung für gewisse Sachen, die man macht, aber man muss immer auf der Hut sein. Ja, das ist das Jahr 2014 schon, einer der letzteren Prozesse. Wir haben es ja gehört, hat eine Therapie gemacht und so und er hat im Prozess auch gesagt, ich habe die schlechten Freunde nicht mehr, et cetera, et cetera. Und da hat er in der Tat, da hat er Glück gehabt, da hat er ein Jahr mit Bewährung bekommen und musste 2400 Euro für Suchtkranke als Auflage, als Bewährungsauflage bezahlen, aber gebracht hat es nichts, kann ich schon sagen. Er kam wieder. Das sind echt, also ich finde das ganz schwierig gerade. Also man hat so zwei Welten gegenüber, weil wir stellen es jetzt mal auch hier live gegenüber, ohne dass wir das ausdiskutieren. Wir hören uns jetzt halt mal die Staatsanwaltschaft an, wo solche Suchtsachen halt dann nimmt beim Startland. Es handelte sich darum, dass er Überweisungen fälscht, auf denen er Namen und Kontoverbindungen von Nachbarn eintrug. Und in einem anderen Fall hat er sich von einem Kollegen eine Kreditkarte genommen und damit sich einen schönen Abend in Frankfurt finanziert. Jo, das war die Kreditkarte des Konditionstrainers, die er aus der Umkleidekabine geklaut hat. Ich kann auch sagen, wie der schöne Abend aussah. Bitte. 70 Euro gingen drauf für Sushi. 460 Euro gingen im Hotel drauf für Escort-Ladies. Geht eigentlich. Ja, aber zwei Stunden später hat er sich dann die nächste bestellt. Und das war halt ein bisschen teuer. Das alles hat er mit der Kreditkarte vom Konditionstrainer bezahlt. Der wahrscheinlich dann zu Hause in Erklärungsnot geraten. Das könnte passiert sein. Ich schwöre, ich war das nicht. Ja, ja. Es ist anders, als es aussieht. Es ist anders, als es aussieht. Genau so tatsächlich. Genau. Ja, aber das ist ja jetzt schon 2014. Ich muss sagen, ich habe ihn ja in dem ersten Prozess gesehen. Und der erste Prozess, der war im Jahr 2008. Da ist er auch übrigens spektakulär festgenommen worden auf dem Tennisplatz. Heißer Sommertag. Er trainiert gerade 9- und 10-Jährige. Die Eltern sitzen am Spielfeldrand. Die Polizei stürmt den Platz. Zeigt dem Angeklagten, wollte ich gerade sagen. Zeigt also ihm, der ja da noch kein Angeklagter war, den Haftbefehl, Handschellen. Und dann durchsuchen die die ganze Anlage nach Drogen. Haben aber nichts gefunden. Also das war schon ziemlich spektakulär. Und da ist er auch in Untersuchungshaft gleich gewandert. Ich habe jetzt zwei anstrengende Fragen für dich. Oh nein. Einmal, wann ist er zum ersten Mal erwischt worden? Ich meine, die Sachen passieren, aber man muss ja einen auch erst mal dabei erwischen. Das war das erste Mal. Da wurde die da... 2008 war das erste Mal. 2007 wird er disqualifiziert. Kriegt die Zwei-Jahre-Sperre. Dann fängt er an zu klauen. Das heißt aber, da ist eine lange Zeit auch nicht erwischt worden. Naja, kann man nicht sagen. 2007 geht das los, 2008 nehmen sie den Fest. Das ist ja jetzt 2007 losgegangen. Vorhin hast du gesagt, nach diesem Finale 99. Nee, nee. Nach dem Finale 99 ist es mit der Trinkerei losgegangen, aber nicht mit dem Geklauen. Okay, das heißt, zwischen Finale und 2007 hatte er noch selber Geld. Ja, also jedenfalls schalt es mir so. Okay, der ist dann erwischt worden. Und jetzt ist, glaube ich, die noch schwierige Frage. Kann man aufdröseln, wann der zu was verurteilt worden ist? Weil hier ist ja wahrscheinlich auch der Fall, dass dann irgendwann Bewährungsstrafen zu normalen Strafen werden. Die aktivieren dann noch eine Strafe. Das sind ja bei fünf Sachen. Es ist ja echt unglaublich kompliziert, dass der Wächter dann sagen muss, so, wir haben vom ersten Prozess noch 300 übrig. Dann haben sie jetzt hier den zweiten, dann ist noch da der vierte. Eigentlich ist das eine Bewährung, bla, 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 bla. Und dann muss irgendeiner ein Flipchart machen, wie lange der jetzt genau da ins Gefängnis muss. Naja, also die können das ja nachlesen. Die haben ja ein Bundeszentralregister, anders als ich, dürfen die da reinschauen. Und da steht drin, ist dann und dann zu so und so viel verurteilt worden. Also da wird ja drüber Buch geführt. Also das machst du ja, damit du gucken kannst, ist der schon mal aufgefallen deshalb. Naja, aber jetzt mal unabhängig von dem Fall. Weil es ist ja trotzdem so, wenn du jetzt eine Straftat begehst, kriegst du Bewährung. Dann hast du ja hier eine Strafe bekommen, plus irgendwelche Auflagen für die Zukunft. Dann begehst du ja die zweite. Dann hast du ja nicht nur die Straftat an sich begangen, sondern du aktivierst ja mit dieser Straftat auch irgendwas Altes noch. Wenn du es in der Bewährungszeit machst. Genau. Das ist ja so. Du wirst verurteilt zu einer Bewährungsstrafe. Sagen wir, du kriegst ein Jahr auf Bewährung. Dann wird die Bewährung... Wir müssen zum Auftrissen, wir haben vielleicht immer neue Zuschauer. Es gibt ja Bewährung, Bewährung. Es gibt ja einmal die Bewährungszeit. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also du wirst zu dieser... Sagen wir mal, du wirst zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Und dann setzt das Gericht die Bewährungszeit fest und sagt... Wenn du in diesem Zeitraum das und das machst, tritt die und die Bewährung ein. Wenn du... Genau. Also sagen wir mal, die sagen drei Jahre Bewährungszeit. Dann wirst du drei Jahre lang... Musst du straffrei bleiben. Sonst wird das eine ja aktiviert. Genau. Und zwar das komplette Jahr. Da wird nichts abgezogen. Genau so. Und ich meine, wenn der ja fünfmal einschlägige Verhandlungen hatte, wo ja auch in einer Verhandlung mehrere Sachen verhandelt werden. Es ist ja nicht nur fünf Sachen hat er gemacht, sondern es waren fünf Prozesse mit, was weiß ich, wie vielen Taten dann. Ja, das wird halt immer wieder einbezogen. Okay, das heißt, und dann wissen die, okay, Bruder... Und nagelt mich, wenn das welche genauer wissen, weil die den kennen, nagelt mich nicht auf die fünf fest. Das können vier, das können sechs und so. Ich habe es ja auch extra eigen eingestellt. Das heißt, wenn ich fünfmal denselben Bullshit mache, dann sitzt dann irgendwann einer da und sagt, so, wir müssen das jetzt hier mal alles zusammenrechnen, aufdröseln, plus, weil ich kriege ja dann auch teilweise diesen Haftrabatt. Naja, also der hat ja, der hat ja Strafen auch abgesessen. Der hat ja auch Strafen, die sind dann weg. Die sind komplett weg. Die sind komplett weg. Aber die zählen natürlich als Vorstrafen, die du hast und dann auch noch einschlägig. Das erhöht dann die nächste Strafe. Wir verstehen uns immer besser, weil das ist die nächste Frage, die ich gehabt hätte. Es gibt ja nicht nur Bewährung, sondern selbst wenn das komplett abgeschlossen ist, gibt es ja diese Einschlägigkeit, wo man guckt, okay, hat der schon mal sowas gemacht und ist vorbestraft. Das hat ja dann auch nochmal Einfluss da drauf. Das heißt, irgendein Johnny muss ja da den Überblick behalten. Ja, ja, dafür hast du aber genau, dafür hast du das Bundeszentralregister, in dem genau das alles eingetragen ist. Da wird ja auch eingetragen, das eingestellt worden ist. Warum? Damit du sehen kannst, ob der schon mal damit aufgefallen ist. Ja, aber das ist ja unfair. Das ist ja eingestellt worden. Nee, 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 nee. Was, nee? Guck mal, theoretischer Fall kann eintreten. Mich zeigt irgendjemand wegen XY an. Ich habe gar nichts gemacht. Der hat mich nur deswegen angezeigt. Ich habe nichts gemacht. Das stellt sich heraus. Das Verfahren wird eingestellt. So, dann mache ich es. Ja, da steht ja, warum es eingestellt ist. Dann mache ich es irgendwann wirklich. Warte. Dann könnte er nicht sagen, ah, der war schon deswegen vorgerichtet. Warte. In dem Fall, glaube ich, spielt eine große Rolle, aus welchen Gründen was eingestellt wird. Wird es eingestellt, weil du es überhaupt nicht warst? Wird es eingestellt, weil man dir das nicht nachweisen kann? Oder wird es eingestellt wegen geringer Schuld? Und da kriegst du eine Auflage und gut ist. Dann hast du es zwar trotzdem gemacht, aber es ist so klein. Aber geringe Schuld, das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Ja. Mangel an Beweisen nicht. Also ich war es halt nicht. Ja, ja. Das kann mir ja keiner vorwerfen. Nee, so muss es ja auch in einem Rechtsstaat sein. So muss es ja auch im Rechtsstaat sein. Ich habe gesagt, gebe ich mich auch mit dem geringen Schuld nicht zufrieden. Wenn du mich bestrafen willst dafür, dann mach es. Wenn du aber sagst, nee, es ist nicht schlimm genug, alles klar, geh weiter, dann hol es nicht irgendwann nochmal raus. Dann bestraf mich jetzt hier heute. Guck mal, ich könnte ja da sitzen und sagen, so hör mal zu, Leute. Ich weiß, das war blöd. Ihr stellt das jetzt hier ein wegen geringer Schuld. Dann will ich aber danach auch nichts mehr hören. Und wenn, macht es heute. Ich habe vor, Heike, du würdest jetzt irgendwas Blödes mir gegenüber machen. Und ich würde zu dir sagen, Heike, das ist nicht so schlimm. Aber, falls es mir irgendwann nützt, hole ich es dann wieder raus. Dann würdest du auch sagen, bitte lass heute drüber sprechen. Aber ist es nicht so, wenn ich irgendwas Blödes mache und dann mache ich das Blöde wieder, dann ist das, dann ist das schon was anderes, als wenn ich es halt nur einmal mache und dann nie wieder. Aber wenn das andere nicht so schlimm ist wie das andere? Also, da ich ja so nachtragend bin. Bei mir ist das so. Bestimmte Dinge besser nicht machen. Jetzt wechsle ich schnell aus Selbststückses Thema. Okay, aber weißt du was, nee, ich meine, die Frage ist ja wirklich, die ist ja berechtigt. Danke. Ich finde, du findest? Zeit für Telefonjoker, oder? Machen wir es mal. Out of the blue ist jetzt leider nicht abgesprochen. Ist nicht abgesprochen. Mal gucken, was bei rauskommt. Jakobi von Wangerlin. Basti Redd und Heike Borufke. Hallo. Hi. Achtung, überraschende Frage. Hat sich ergeben. Wir unterhalten uns über einen gefallenen Tennisstar, der wirklich vielfach wegen Betruges vor Gericht gelandet ist, weil er Kreditkarten geklaut hat und alles, und EC-Karten und alles Mögliche. Jetzt stellt mir der Basti folgende Frage. Wie, wie wird, wie, welche Rolle spielen eigentlich eigentlich Eintragungen im Bundeszentralregister? Also, gegen mich wird ermittelt, wir machen das mal abstrakt, gegen mich wird ermittelt wegen irgendwas und das Verfahren wird eingestellt. Dann wird es ja trotzdem eingetragen und kann in einem weiter, in einem Prozess gegen mich eine Rolle spielen. Nö. Warum? Das reicht als Antwort. Vielen Dank, weil das macht auch keinen Sinn. Ja, danke. Entschuldigung. Nein, Einstellungen werden nicht im Bundeszentralregister erfasst, außer bei Jugendlichen. Das habe ich schon mal falsch gesagt. Ja, und ansonsten haben wir das sogenannte ZSV, das zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister. Wir können das sehen. Wir können sehen, welche Verfahren nach 153 wegen Geringfügigkeit, Geringfügigkeit, gegen Auflagen oder im Hinblick auf andere Verfahren eingestellt wurden. Aber darf das eine Rolle spielen? Wenn es alles einschlägig ist, kann das schon mal mit berücksichtigt werden. Aber ich meine, ich habe vorhin den theoretischen Fall aufgemacht, dass irgendjemand zeigt mich out of the blue wegen irgendeiner Sache an. Dann wird dann quasi das Verfahren eingestellt wegen XY und irgendwann ein paar Jahre später mache ich wirklich XY. Da kann ich ja trotzdem nichts dafür. paar Jahre später, das ist dann Schnee von gestern. Aber wenn jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei Kaugummi-Diebstählen aus dem Supermarkt, der erste sagt man mal noch, naja, gut, irgendwie Jugendstreich. Beim zweiten sagt man dann, du hast ja schon mal einen Warnschuss gekriegt, also jetzt machst du dann schon mal irgendwie 20 Sozialstunden. Und beim dritten Mal heißt dann, okay, das ist jetzt aber mal das dritte Mal, dass du es eigentlich verstanden haben müsstest und deswegen wird es jetzt mal angeklagt. Aber dann ist es ja quasi ein Unterschied. Dann ist ja der Unterschied der Grund, warum es eingestellt wurde. Weil theoretisch gesehen, wenn man mir nichts nachweisen kann oder weil ich wirklich das nicht war, das kann doch keine Rolle danach spielen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nee, dann sowieso nicht. Dann ist es ja eine Einstellung nach 170. Das heißt, im Endeffekt unterscheidet es sich aufgrund der Einstellung. Auf jeden Fall. Okay, das wollte ich wissen, weil ich habe gedacht, ich habe dann immer so eine Latenz hinter mir, dass irgendeiner das dann irgendwann mal wieder rausholen kann. Und mein Impuls war dann zu sagen zu dem Gericht, so Leute, wenn ihr das irgendwann nochmal verwenden wollt, dann lasst uns jetzt bitte heute klären, ich will jetzt weiterleben. In solchen Fällen tatsächlich nicht. Es gibt Einzelfälle, wo man das tatsächlich macht, wenn man jetzt sagt, also die berühmten 50 oder 51 Prozent, die man als Staatsanwaltschaft ja braucht, um eine Sache anzuklagen, wenn wir nur bei 49 gefühlt lernten, dann kann es schon mal sein, dass man als Staatsanwaltschaft die Einstellungsentscheidung, wo man nachher sagt, wir hatten nicht genug Zeugen oder die Ehefrau hat den Strafantrag zurückgezogen, deswegen können wir nicht weitermachen, aber wir glauben eigentlich, der hat das trotzdem gemacht. Das kann dann schon mal in Akten landen. Okay. Aber ansonsten, nein. Okay, doch, das erleichtert mich. Ich merke mir jetzt für immer und ewig Einstellungen werden nicht eingetragen. Das habe ich schon mal falsch gesagt. Bitte nicht schreiben. Ich merke es mir jetzt. Julia, wir melden uns nachher wieder mit den dann abgesprochenen Fragen. Aber gut, dass wir angerufen haben. Vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Okay, gut, dass du da so hartnäckig warst. Ich habe jetzt komplett den Überblick für immer, bei was ich hartnäckig war. Ich habe jetzt eine oder andere, komplett andere Breaker-Frage. Oder willst du dazu noch was sagen? Nee. Wie wirkte der denn vor Gericht? Du warst ja auch mal da. Ja, das habe ich mir gerade gedacht, das muss ich noch erzählen, wie der wirkte. Also, ich muss gerade lachen, weil er mir die Hand gedrückt hat, geschüttelt hat. Weil wir uns so einig sind, da freuen wir uns drüber. Also, vor uns hatten wir einen jungen Mann, vielleicht hat man das eben auch ein bisschen rausgehört, mit so einer bisschen fistelichen Stimme. Ich meine, der redet ja nicht mit so einer handfesten Stimme. Ich finde, man hört, dass der nicht besonders selbstbewusst ist. Der hat in seinen ersten Prozessen einen sehr väterlichen Verteidiger gehabt. Ich hatte das Gefühl, der tut ihm so ein bisschen gut. Der hat sich auch so ein bisschen vor den gestellt. Der hat sowieso die Eigenart, der legt immer den Arm um die Schulter von seinen jungen Mandanten. Ja, das sind halt so Vater-Sohn-Beziehungen. Naja, das ist ja vor Gericht nicht ganz unklug. Vielleicht beeindruckt sowas auch ein Gericht. Auf andere Weise hoffentlich. Nein. War mal klarer Bub. Nein. Also, der Maxi Abel hat, das war so ein Artiger, der hat so artig geantwortet, der hat geweint und der hat erzählt, wie schrecklich das im Knast ist. Das war sein erstes Knasterlebnis. Ich vermute mal, dass er das heute anders beschreiben würde. Heute tätowiert, kennt die Leute. Das weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht genau. Aber damals hat er halt gesagt, wenn die Mithäftlinge mitbekommen, dass du mal Kohle hattest, weil du ein erfolgreicher Tennisspieler warst, dann gibt es halt auch Druck, dann gibt es Drohungen, dann gibt es Schläge, dann bist du in der Knast-Hierarchie, bist du eh ganz unten, weil du halt so ein Dilettant bist mit deinen Taten. Also der Verteidiger hat damals gesagt, ist das nicht Buße genug? Das Gericht fand das offensichtlich auch, weil damals ist eine Bewährungsstrafe bei rausgekommen. Gab es irgendwann mal den Punkt, wo einer gesagt hat, so Bruder, mach jetzt mal Therapie, Digga. Weil diese Knast-Sache ist ja die eine Sache, Abschreckung, alles gut. Aber eigentlich geht es ja darum, zu verhindern, dass er es nochmal macht und dann müsste man eigentlich sagen, okay, du brauchst irgendwie mal irgendwie sieben Monate Betty Ford plus Player Chick-Bumm-Bamm-Insel-Kram. Ja, das Ding gab es 2009, da ist nämlich tatsächlich, sind dann die 16 Monate aus dem Prozess davor mit einbezogen worden. Da gab es nämlich drei Jahre und da gab es auch einen Vorsitzenden Richter, der hat gesagt, hier, das ist auch alles rücksichtslos und dreist, was du machst, weil du nutzt das Vertrauen von deinen, ich meine, der hat ja bekannte Nachbarn, Familienangehörige, Leute aus dem Verein beklaut, der hat ja nicht irgendwelche wildfremden Leute beklaut, sondern solche, die ihm ja eigentlich vertrauen und die eine Beziehung zu ihm haben und da war das so, da ist er, er hat dann verbüßt im, im Knast in Höhenfeldchen Hessen und hat gesagt, es war eigentlich einigermaßen erträglich, hat er später bei einem Interview gesagt, war einigermaßen erträglich, weil da halt in der Hauptsache Betrüger, Steuerhinterzieher und Wirtschaftskriminelle und so was, ja, die scheinen einem nicht so leicht aufs Maul zu hauen, ich glaube, das ist es. Du hast ihn durchgemacht, ja, es ist mir auch passiert. Und da hat er in der Tat eine Therapie gemacht, da hat er Motivationsbücher gelesen, wie er später erzählt hat und Tagebuch geschrieben, im Winter Schnee geschippt, die An- und Abreise der anderen Häftlinge organisiert, ansonsten Gänge, die Gänge und die Zellen geputzt und hat so Haus- und Küchenarbeit gemacht. Und das hat ihm immerhin dazu verholfen, dass er nach zwei Jahren, die er verbüßt hatte, von insgesamt drei Jahren rausgekommen ist, also zwei Drittel. Das ist die eine Sache innerhalb dieser Haft, ich meine da vielleicht auch danach, haben das Umfeld nicht mal gesagt, so Digga, du warst jetzt dreimal, also weißt du, so mittendrin mal zu sagen, meinein Julia hat es auch gut gemacht. Ja, so war es auch. So war es auch. Du kommst jetzt einfach mal kurz weg, wie regeln das jetzt mal? Also der hat weiter Therapie gemacht, ich weiß aber nicht, ob das eine stationäre war oder ob das eine ambulante war. Er hat weiter Therapie gemacht, er hat auch immer Hilfe gehabt, er hat einen Ex-Trainer gehabt, der hat ihm zehn Schläger geschenkt, damit er wieder Tennis spielen kann. Der hat auch sogar wieder Turniere gewonnen, aber das waren halt, der ist Hessenmeister geworden und hat hier so ein hessisches Turnier, da sind halt die Garschen 1250 Euro oder das Preisgeld hier bei so einem anderen Ding. In Rheinland-Pfalz waren halt 500 Euro, aber dann kam das halt mit dem Konditionstrainer, was wir eben schon gehört haben. Dann hat er den leider auch wieder beklaut und dann ging es wieder weiter. Was echt krass ist, du hast, glaube ich, heute so viele Fragen von meinem Zettel gestrichen, ohne dass ich es fragen musste, wie noch nie, tatsächlich. Meine abschließenden Gedanken sind tatsächlich irgendwie, tut er mir richtig leid? Gleichzeitig will ich auch nicht verharmlosen, was der macht, weil wenn der mir Cash geklaut hätte, wäre ich auch so, ist mir scheißegal, ob du spielsicht bist oder nicht. Das Problem ist doch, dass der nicht dazulernt. Oh mein Gott, was? Das Problem ist, dass der ja nicht dazulernt, beziehungsweise diese Therapie nicht greifen. Genau, das meine ich. Vielleicht ist die Therapieintensität nicht stark genug. Also der hat, muss man den erstmal weg tun. Der hat schon erzählt, dass er zum Teil täglich 2000 Euro verzockt hat an den Automaten. Oh, das ist auch nicht so schwierig. Das geht ja schnell. Ja, aber die müssen halt irgendwo herkommen. Ja, aber wenn du das machst, Digga, dann würde ich mal sagen, okay, scheiße, das ist jetzt so oft passiert. Ich gehe jetzt irgendwo hin, gebe alles ab und sage, hi, hier bin ich, ich habe nur ein T-Shirt und eine kurze Hose. Bitte macht irgendwas. Ja. Zumal, wenn du aus so einem Umfeld kommst, hast du mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen bessere Möglichkeiten als irgendein normaler Johnny. Keine Ahnung, irgendwie schafft er es aber trotzdem nicht, dass ich mich komplett von ihm abwende. Ich habe irgendwie den Impuls, wenn er aus dem Knast kommt, mein Gott, lass mal treffen, vielleicht kann ich dir helfen. Also der ist ja auch nicht orthopatisch. Ich bin eigentlich, glaube ich, der perfekte Umgang für ihn, weil ich weiß, wie man das bis zur äußersten Grenze ausreizt, bevor es schlimm wird und dann wieder normal sein muss. Also 27. Dezember 2023, merkt ihr es? Da kannst du ihn ja abholen. Machen wir. Und dann verurteilt live, machen wir dann im Januar 2024 und dann bringe ich ihn mit und sage ihm hier, Bruder, so ein bisschen an der Grenze immer leben, beste Leben. Ich kann ja, ich sage dir dann, wenn die Mikrofone aus sind, wo er sitzt. Hervorragend. Und ich glaube, auch Alex wird es rausfinden können. Und er sitzt nicht mehr im Knast, wo nur die Wirtschaftskriminellen sitzen. Schauen wir mal. Heike, ich habe es schon gesagt, du hast jetzt fast von Zaubern selber meinen Zettel leergefegt. Hast du noch irgendwas, was du uns über diesen Herren oder sein Umfeld erzählst? Nö. 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 Das ist das Motto des Tages. Julia, du, nö. Dann bleibt mir aber zu sagen, ich sage nicht nö, sondern ich sage ja zum Zuschauerraum. Klingt wie ein Wahlplakat. Ja, Heike, du hast Julia schon angedroht und angekündigt. Genau, aber ich habe ja, ich lerne ja, nicht nur, dass Einstellungen nicht eingetragen werden, das sage ich nie wieder falsch und merke es mir für immer und ewig. Ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf so ist. Du hast es doch nicht komplett falsch gesagt. Ich habe es schon mal falsch gemacht. Wo das falsch eingetragen hat. Ich habe es schon mal falsch gesagt und habe es hier in dieser Sendung korrigiert, aber mir nicht gemerkt, weil es in meinem Kopf irgendwie anders ist. Gut, ich würde sagen, bevor wir die Fragen zusammenstellen, rufen wir Julia direkt an, damit wir ihr die Möglichkeit geben, die Frage auch zu hören, was sehr fair ist, wenn sie sie beantworten soll. Ja, Kubi von Wangelin, die Zweite. Genau, Basti Red, Heike Borufka, ebenfalls die Zweite. So, wir sind durch mit dem Tennisspieler und wären jetzt im Zuschauerraum und wären jetzt bei der Frage von Lady R, die wir über Twitter bekommen haben. Die fragt, kann ein Opfer eines täglichen Übergriffs beziehungsweise einer Körperverletzung darum bitten oder es beantragen, dass die Verhandlung nicht öffentlich stattfindet und wenn ja, wie, wo, ab wann und durch wen? Naja, durch wen? Durch sie selber natürlich. Wann? Kann sie schon grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft machen, aber macht eigentlich erst Sinn bei Gericht, weil das Gericht entscheidet über die Modalitäten der Hauptverhandlung, wie sie wann wo durchgeführt werden. Geil, dass bei der Staatsanwälte im Hintergrund Polizei zu hören ist. Ja, sorry, ich bin unterwegs. Außerdem ist es ein Krankenwagen. Mann. Wie waren die anderen Fragen nochmal? Also, ob sie es beantragen kann, wie, wo, ab wann und durch wen? Ja, also grundsätzlich kann sie das beantragen. Wir sind natürlich immer nochmal bemüht, die Öffentlichkeit herzustellen beziehungsweise zu bewahren, weil, wie ihr ja auch schon öfters gesagt habt, die Öffentlichkeit von Hauptverhandlungen ist ein extrem wichtiges Gut. Keine Hinterkammer, Justiz und so weiter. Wir haben da auch die entsprechenden Paragraphen natürlich mal wieder dazu. Wir haben mehrere verschiedene Möglichkeiten, wenn es jetzt gerade um Sexualdelikte beispielsweise geht. Da wird normalerweise die Öffentlichkeit immer ausgeschlossen, weil es eigentlich niemandem zumutbar ist, über sexuelles Erleben vor anderen Menschen, also vor der Öffentlichkeit zu sprechen. Wenn es aber jetzt in Anführungszeichen nur um eine Körperverletzung geht, müsste man dann schon argumentieren, warum jetzt hier das eigene Geheimhaltungsinteresse einem Informationsinteresse der Allgemeinheit vorgeht. Ja, macht Sinn. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit natürlich immer. All right, Frage 2 kommt von Fabian Hering. Der sagt, eine lebenslange Freiheitsstrafe, also das erzählen wir ja immer wieder, dass lebenslange Freiheitsstrafen, wenn Zeit X verbüßt ist, zur Bewährung ausgesetzt wird. Jetzt sagt er, wie kann man dann doch, fragt er, wie kann man denn doch wieder im Gefängnis landen? Reicht dafür im Zweifel schon der Diebstahl einer Packung Kaugummi? Also was muss ich machen, damit die Bewährung wieder rufen wird? Ist bei lebenslangen Freiheitsstrafen tatsächlich, zumindest wenn man der herrschende Meinung folgt, etwas schwieriger als bei in Anführungszeichen nur zeitlichen Freiheitsstrafen. Die können tatsächlich wegen einem Päckchen Kaugummi wieder widerrufen werden. Bei lebenslangen Freiheitsstrafen haben wir ja in Anführungszeichen das Problem, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, wenn sie widerrufen wird, ja wieder eine lebenslange Freiheitsstrafe ist. Das heißt, wir haben da nicht, okay, jetzt musst du noch mal zwei Jahre, jetzt musst du noch mal drei Jahre, sondern es ist wieder unbestimmt. Das heißt, die Anforderungen hier an den Widerruf wären je nach Tat natürlich, aber schon etwas höher anzusiedeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Kaugummi-Diebstahl den Detektiv beispielsweise umgebracht habe, würde ich jetzt dafür plädiere, dass das schon reicht, weil das ist wieder vergleichbar. Ja, könnte man meinen. Aber ansonsten sind die Anforderungen durchaus höher. Das ist auch gut, weil das wäre schon sehr kurios, dann hast du eine Bewährungsstrafe, einen Mord und bist irgendwie draußen, dann klaust du ein Kaugummi, ja, Digga, jetzt kriegst du lebenslänglich für Kaugummi-Diebstahl. Das wäre, würde sich merkwürdig anhören. Also ich bin tatsächlich, ich habe die Frage nicht gestellt, aber ich bin mit beiden Antworten sehr zufrieden. Ich auch. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Hammers, Heike. Ich kann dich jetzt leider noch mal korrigieren. Was habe ich denn schon wieder? Du wolltest mich korrigieren und jetzt muss ich dich aber für die Korrektur korrigieren, weil du hast gesagt, dass die Show vom 6.9. verlegt wurde. Es ist aber der 7.9. Entschuldigung. Ist auch völlig egal. Weil es ist Champions League. Es ist Champions League. Egal wann die Show hätte stattfinden sollen, aber am 6. oder am 7.9. Sie ist auf den 2.9. verlegt. Ja, machen wir es so. Kauft euch Karten. Immer wenn Champions League ist, kommt ihr nicht zu uns, sondern guckt die Eintracht. Wenn Champions League ist, streiten wir auch gar nicht auf. Ich will auch gar nicht, dass da jemand ist. Ich würde gar nicht in der Case sein wollen, wenn da Leute sitzen, die bereit sind, an einem Champions League-Abend zu denken, der Basti will jetzt Verurteil für uns machen. Gar kein Fall. Da wäre ich auch nicht da. Okay. Also dann kommt der einfach am 2.9. 2.9. Es gibt noch ein paar Karten, nicht mehr so viele. Solltet ihr da leer ausgehen, weil über den Sommer alles ausverkauft ist. 19.10. 2 Tage nach meinem Geburtstag. 23.11. 21.12. kurz vor Weihnachten. Und das ist ein Tag nach 93 live. Ich bin sehr gespannt, in welchem Zustand ich da auf der Bühne stehen würde. Ich habe Angst. Und dann 18 Tage nach Silvester. 18.1. 2023 sogar, Leute. Aber jetzt bleiben wir mal im Sommer. Sommer. Verabschieden uns bis in zwei Wochen. Und sagen, da war ich dabei. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.